Weiter geht's in einem weiteren Lagerhaus. So, jetzt müssen wir mal die Waffe, glaube ich, wechseln. Wir haben noch Muni für die Pistolen. Zumindest wissen wir jetzt, wo. Zwei... äh... Gesundheitstränke sind, wenn die nicht verschwinden. Bastaad! Das ist doch schon mal recht angenehm. Das ist doch schon mal. Man, dass der dann automatisch seine Deckung mal verlässt Kann die Musik jetzt mal aussitzen? Gut Ich kann nicht mehr Das ist das Revier der Coleones Sie müssen uns am Gewinn beteiligen Okay, okay, einverstanden Ich will nicht noch mehr Ärger So, gut Ah, das war doch aber wo Da stand ich im Internet Uh, gleich zwei Punkte Dann würde ich nochmal auf Gesundheit setzen Und auf Schießen Ich bin einverstanden, ich bin einverstanden Ich bin einverstanden, ich bin einverstanden Ähm... Na, geh weg. Ich werde langsam nervös. Ich muss mir den neuen Lennart-Turner-Film anziehen. So, jetzt müssen wir wieder zum FBI vorziehen. Wie fahren wir denn jetzt am besten dahin? Jetzt links, dann rechts, links. Jetzt hätten wir einen, wir können uns die Waffe jetzt kaufen. Was ist das? Was ist das? War er das hier gleich? Dann könnten wir mich kurz anhalten. Ja. Liegt sehr gut in der Hand. Oh ja, die ist perfekt. Und? Gibst du ihr eine Chance? Nein, danke. Was macht er denn hier? Jagen die mich oder sowas? Das gehört jetzt mir. Das ist aber kein Persilschein, okay? So ein Angebot bekommt man nicht oft. Klar, ein bisschen Druck auf die Familie ist für uns beide gut. Oh, ich würde schon sagen, geht das nicht weg. Äh, mich hat das eben echt gewundert, weil mir war nämlich auch so, als ich ausgestiegen bin, da waren noch mehrere Autotüren. Da dachte ich schon, irgendwer verfolgt uns. Und dann kamen die Pisse auf einmal an. Also werden wir scheinbar im Bandenkrieg verfolgt. Vielleicht wird es immer schlimmer, dass wir dann auch mit Schießern Autos zu kämpfen haben. So, jetzt bin ich schon wieder falsch gefahren. Jetzt können wir auch mal ganz geschillt die nächste Hauptmission starten. Wo müssen wir hin? Nach Bitthorn, oder? Ach nee, viel Löcher. Ich frage mich gerade, ob ich hier die Ecke mal durchsucht habe. Ja. Bestimmt ja. Wenn dir jemand einen Job als Soldator anbietet, schlag ein Junge. Ein Soldat. Das ist deine Chance, ein gemachter Mann und ein Teil der Familie zu werden. Der Don selbst würde die Zeremonie leiten. Hey, keine Sorgen, mein Freund. Es tut nicht weh. Oh, wir steigen auf. Es gibt nichts Wichtigeres für einen Mann als seine Familie. Diese Männer, diese Männer von Ehre sind auch meine Familie. La Familia Corleone. Und jetzt fühl dich wie neu geboren, als einer von uns. Danke, Pater. Du gehörst jetzt zu unseren qualifizierten Männern. Cleo Omni Qualifikat. Bitte, stell dich selbst deinen Brüdern vor. Glocke und die Saison wurden zum Soldaten befördert. Respekt 17,5 Geld 20.000. Beführungsboni wöchentliche Zahlung erhöht. Ich brauche noch... Verbraßen gibt es Männer, die offenbar unbedingt getötet werden möchten. Du hast sie sicher schon bemerkt. Sie beschweren sich, wenn sie im Casino verlieren. Sie springen wütend aus ihren Autos. Sie beleidigen und verletzen Menschen, von denen sie so gut wie nichts wissen. Diese Menschen gehen durch die Welt und rufen, er schießt mich. Und es gibt immer jemanden, der bereit ist, ihnen diesen Gefallen zu tun. Hey, Kleiner. Im Moment gibt's nichts zu tun, aber komm mal wieder vorbei, okay? Hey, Kleiner. Wenn du keinen Ärger machst, habe ich vielleicht öfter was für dich. Meine Frau bringt dich um, wenn ich heute Nacht heimkomme. Okay. Hätten wir das mal vorher gemacht, dann hätten wir die Auszahlung, äh... ...hätten wir noch mehr Kohle gekriegt. Hey Schatz, ich bin's, Frankie. Komm nach Hause. Ich hab was für dich. Uiuiuiuiuiuiuiui. Oh, wie ungeschickt von mir. Ohja. Ohja. Warte. Ohja. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir da wieder am besten hinkommen. Jetzt links und dann rechts. Dann sollte es schon laufen. Entschuldigung. Na mal. Ups. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sehr schön. Auch dort, das noch mitgenommen. So, und hier geht es dann in der nächsten Folge weiter. Bis dann.